Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Format auf einem Kanal. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache ein neues Format und zwar heißt das Top 10 Twitter Trends Tweets, das heißt ich nehme die besten 10 Tweets von irgendwelchen Hashtags, Themen, die am höchsten gerankt sind oder so und ja, lese die vor und suche die lustigsten 10 hinaus. Platz Nummer 10 hat, was geht euch das an? Schreibt, was macht Herr Voss wütend am Computer? Er versucht das Internet zu löschen. Platz 9, Timo schreibt, Axel Voss sieht bei einem Smiley nur einen Doppelpunkt mit geschlossener Klammer. Finde ich auch super, den Smiley mache ich immer. Also Leute, ich probiere gerade irgendwie die neuesten Tweets rauszuholen, die besten rauszusuchen, weil es gibt viele und ich weiß jetzt nicht, welche ich da nehmen soll für das Video. Platz 8, Miguel Klang schreibt, was ist der Unterschied zwischen einem Computer und Axel Voss? Computer können programmiert werden, Axel Voss ist nicht zu belehren. Der ist jetzt echt nicht schlecht, das muss man schon mal sagen. Peter Gabel schreibt, Axel Voss denkt 123456 ist ein sicheres Passwort. Könnte auch mein Passwort sein. Platz, keine Ahnung, Stefan Müller schreibt, woher kennt man das Axel surf? Wie bekommt man Edding vom Monitor runter? So, jetzt habe ich schon Platz 1 gefunden, und zwar schreibt Gernot blablabla. Was haben ein U-Boot und Windows gemeinsam, wenn Axel ein Fenster öffnet? Beginnen die Probleme. Das aber ist jetzt der Beste. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.